Ich bin Laura, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Großheim. Ich war auf dem technischen Gymnasium in Rottweil, dort gibt es verschiedene Profilfächer und mein Profilfach war Gestaltungs- und Medientechnik und dadurch bin ich eigentlich so zur Werbung gekommen. Ich habe mich hier bewerbt nach der Anforderungen von KMS und habe dann auch eine E-Mail gekriegt und bin dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und dort hat sich dann eben ergeben, dass der Ausbildungsberuf Kauffrau für Marketingkommunikation sehr gut zu mir passt und ich glaube drei Wochen später hatte ich dann die Zusage. Inhaltlich mache ich in der Ausbildung vor allem die Planung und Steuerung von Projekten und das Erstellen von Marketingkonzepten für zum Beispiel ein Produkt oder ein Unternehmen. Wir haben in der Schule sehr viel über Budgetplanung und solche Sachen dann gelernt und bei KMS speziell dann sehr viel über die Kundenbetreuung und das interne Handling mit zum Beispiel den Mitarbeitern, mit Ressourcen, mit Timings oder auch mit dem Budget. Bei KMS hat man einfach von Anfang an sehr viel Verantwortung, selbst als Azubi. Du hast deine eigene Aufgabebereiche und man übergibt dir auch viele Aufgaben und ich finde es halt einfach auch toll, dass es hier so viele nette und auch vor allem hilfsbereite Mitarbeiter gibt, die einem immer die Frage beantwortet, weil am Anfang von der Ausbildung sind es noch ziemlich viele. Bei KMS bin ich ja im Projektmanagement eingesetzt, aber hier kriegt man einfach super viel auch von den Filmjungs mit oder zum Beispiel in der Multimedia oder auch in der Grafik, einfach auch durch die enge Zusammenarbeit, vor allem unter uns Azubis untereinander.